So meine Damen und Herren, wer hat mein Pferd getötet? Äh, ich will jetzt keinem Angst machen, aber ich glaub mein Ferdinand ist weggelaufen Es gibt auch noch genug andere Pferde, oder? Nein! Mein Ferdinand war... Einmalig! Einzigartig! Ja, der mochte dich nie so. Hab ne Second Enderpearl! Krieg ich bitte einmal Respekt von euch? Ich hab jetzt ne zweite Enderpelle. Krieg ich bitte einmal ne Dankeschön Cube, dass du Enderpellen sammelst? Oder Dankeschön fürs Tränkebrauen? Oder Danke, dass ich hier überhaupt da bin? Nein! Auf Twitter gleich. Hashtag Danke Cube. Ich schwör, wer von euch hat mein Pferd umgebracht? Das läuft nicht einfach so wirklich, ich hab das nicht so erzogen. Keiner! Keiner! Hab dich schlecht um ihn gekümmert, ne? Der musste die letzten Tage hungern, du hast den hier allein auf dem Server gelassen. Das ist doch jetzt nicht passiert! Ja, was ist denn? Irgendwas ist runtergefallen, glaub ich. Ja, wo ist mein Pferd? Du kannst doch nem Schwein reiten. Ja, wir haben jetzt in der Karotte, Alter. Neue Niederlande, du kommst. Ich hab das ohne Scheiß schon mal ne Battle Break gemacht. Ja. Da kann man schon stolz drauf sein, also. Ist schon krass. Das war ein krasses Erlebnis, ja, ja. Ohne Scheiß. Können Pferde unsichtbar sein? Nein. Ne. Ja, denn du wirfst ihn mit Unsichtbarkeitsstrank ab. Hast du das vielleicht außerdem gemacht? Stopp, Alter. Bei mir ist das schon mal passiert, also. Ich hab mein Pferd nie wiedergefunden. Besitzen wir noch einen zweiten Sattel? Ja. Äh. Ja, in der Kiste hab ich nur einen gehabt. Echt? Leute, okay. Da seid ihr sowieso mit Pferden. Äh, ich hab grad nen Power-3-Bow gemacht, ne? Ja, ich hab auch einen. Ey, das kann nicht sein, dass wir einen dritten Sattel besitzen. Wir hatten nur einen. Ich hatte doch den Spanner gefunden. Ja, und da war ein einziger Sattel? Ja. Ja. Also warum haben wir zwei? So, Leute. Du hattest doch noch einen Sattel irgendwo her, oder nicht? Ja, von dir. So, meine Damen und Herren. Wer hat mein Pferd getötet? Ey. Junge. Ich schwör, ich hab dein scheiß Pferd nicht getötet. Ja, genau. Der Server war aus, ne? Dann ist das despawned. Ey, ich hab's aber heute schon mal gesehen. Ja, aber ich hab's nicht getötet. Ich hab keinen Sattel im Inventar. Heute Morgen war's doch da. Ja, es war ja in der Chest. Ob sie dann erzeugen, ist by the way auch verboten, hä? Wie soll man dann ein Enchanting-Table machen? Ich denke, er meint vorm Cube. Weil wir gesagt haben, ob sie dann setzen ist verboten, weißt? Das ist immer so einer. Ja, ich erzeug das, Alter. Ich hab nur einen Sattel. Den von dir damals. Ja, mein Pferd ist irgendwie umgekommen. Und anscheinend hat irgendwer das hineingepackt. Ohne Witz. Ich glaub, das ist echt nicht effizient. Die ganze Zeit hier rum zu meinen. Ich find einfach nichts. Ich geh jetzt hoch. Ich hab ein ultraschnelles Pferd gefunden. Nur weil du auf dein scheiß Pferd nicht aufpassen kannst, Alter. Ich bleib jetzt immer darauf hocken für das restliche Projekt. Dann kann nichts mehr passieren. Wie schaffst du dein Pferd irgendwas gegeben? Oder warum ist das so schnell, Alter? Ja, ich sag ja. Ich hab das Ultra Pferd bekommen. Das ist Fender 2.0. Halt's Maul. Was denn? Hä? Wir wollten... Ach so. Du willst erst die machen. Ja, okay. Was denn? Ich wollte mir gerade meine gebrauten Dinge wegschnappen, Alter. Was für wegschnappen? Das tut so, als wär's nur sein Eigentum. Ja, ist es auch. Ich hab dich angefangen zu brauen. Ich will dich auf zu Ende brauen. Ey, ich hab dich angefangen hier zu brauen. Ey, ich bin Cube. Ey, ich bin cool hier. Ey, ich boxe dein Pferd gleich tot. Ich schau in jede Aufnahme, wo dieses Pferd begegnen kommen. Mir ist nicht schwer, dass du das musst. Ey, ich schwör, ich hab das denn getötet. Wir haben noch 20 Minuten, Jungs. Kann man bitte wer Backup-Equip bestellen? Ja, wir haben nichts mehr. Wo bin ich hier, Alter? Wir sind out of order, quasi. Ich brauch auch viel mehr Level. Ich hab nur 3 Level gerade. Wir brauchen halt unbedingt... Wir brauchen unbedingt Backup-Equip. PM, du musst unbedingt zurückkommen, ne? Ja, ja, ich bin... Wir brauchen dich. Wer ist hinter mir? Na, du mit deinem scheiß Pferd, Alter. Ich habe dafür nur ein schraubtes Einschwert, ne? Also ich bin der Archer hier bei uns. Wir haben... Archer sollte es gar nicht erst geben. Wir müssen halt auch durchdringen. Nein, nein. Ich bin der Archer. Ich will der Archer sein. Ich hab das mein Leben lang trainiert, dass ich hier der Archer bin. Ey, Cube, komm mal mit deinem Pferd. Ich hab... Ich kann nichts essen. Hey, wo bist du? Junge, wie ist das so schnell? Ja, weil es aber mein Pferd ist. Es wurde auch in die Kommentare geschrieben. Die... Wenn die Leute nicht dumm sind, könnt ihr auch einfach... Guck mal, Cube. Angenommen. Hier ist überall Seelensand. Könnt ihr einfach den hier machen, ne? Ja, ich weiß, ich weiß. Das wurde... Hab ich auch gelesen. Aber trotzdem, Junge. Das bringt zumindest irgendwas. Vielleicht kommen einige nicht drauf. Aber ich denk mal, die Leute, die klug sind, kommen drauf. Wer ist in diesem Projekt klug? Außer wir jetzt. Bitte, komm. Danke. Da muss klug sein. Was soll ich eigentlich aus den 8 Diamanten machen? Äh, ich hätt gern Schadens 2 statt, wenns geht. Oder gibt's Kulte, weil der hat Firespec, das ist wichtiger, das der hat. Wär's dann nicht viel klüger, lieber aus den Büchern das zu machen? Also vor allem Schadens 2, das wär mega die Diamantverschwendung. Wir haben ja leider keine Bücher. Ja, da... Zucker wächst auch gerade. Also da müssen wir einfach warten. Als ob wir keine Leder haben. Den hab ich nicht. Hat jemand von euch Leder? Nein. Äh, ich 1. Scheiße. Okay, ich... Ich erkenn den... Ich... Ich erkenn... Oh man, ich erkenne das Problem. Oh nein. Na gut, was sollen wir jetzt machen, ist die Frage, ne? Ja, ich bin gerade dabei, noch ein paar Heiltränke zu machen. Das ist sehr gut. Also Heiltränke haben wir. Schnelligkeit haben wir auch, das ist auch sehr gut. Als ob ich auch, dass man nur Protection drauf machen kann. Ja, äh... Gifttränke. Kann man bitte wer Gifttränke machen? Wieso haben wir nur 2 von allem? Oder hat schon jemand seine Schnelligkeitstränke? Ja, ich weiß... Irgendwer von euch solltet ihr die haben. Also ich hab meinen auch mit reingelegt. Irgendwer von euch solltet ihr die haben. Ich hab den nicht. Ja cool, den musst du haben. Ey, was denn? Schnelligkeit. Schnelligkeitstränke. Ich hab einmal Speed und Speed 2. Genau. Das ist perfekt. Daher geht's.